Wir sind am 31. Dezember 2022. Vielleicht sehe ich ihn noch einmal. Ja, ich sehe ihn schon. Sich bewegen. Mal schauen, was er macht. Da ist vorhin ein Vogel gerade aufgeflogen. Vier Meter hoch. Oder drei Meter da ist er noch einmal. Wahrscheinlich jagt er Insekten. Das heisst, das ist ein spezieller kleine Vogel. Ich glaube, das ist der, den ich vorhin gesehen habe. Ich weiss seinen Namen nicht. Ich habe ihn letztens gesehen. Irgendetwas mit Kletter. Ich weiss nicht, wie er heißt. Aber jetzt sehe ich ihn noch nicht. velocity. Ich hoffe nicht, hat ihn noch einen Platz deinem Bild,